Tipp, 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 Tipp! Genau! Genau! Ich weiß nicht, wenn wir landen gehen. Los! Ok, genau! Was machst du da für ein Kätzchen? Kätzchen, Kätzchen! Mäut ich mein' ja! Ja, ja! Ja, du! Geht, der kann sein... Boah! Ja! Ausrüstung ändern! Jetzt haben wir nur eine. Realitätsbombe! Aha! Ok, das hat er gebastelt vorhin. Ok! Ok! Ok, verkaufen! Du musst nicht verkaufen! Äh, nein! Geh noch, bastel deine Bomben! Hm... 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 Jetzt würde das komische Jagdmesser... Worte ich ja nicht! Verkaufen! Verkaufen! Ausrüstung ändern! Der Dana steht aber da, ne? Diese Waffe ist eine Axt mit großer Reichweite, sowie ein mächtiges Schwert! Sieht auch interessant aus, ne? Das mächtige Ding da, ne? Angriff, Schärfe... Muss man irgendwas mit spielen, flöten, pfeifen... Ah! Ich bin ganz mies drinnen, in der Hinsicht! Eis aus! Ja! Und Abflug! Achso, du hast ne Quest für mich! Aushält da! Mhm... Zusammengeschustet... Aber... Ok... Naja, der wird schon was... Richten, ne? Sagen wir mal so... Aber was kann man jetzt für ihn machen? Ähm... Ja, mach nur! Zum Trainingsbereich! Bitte, danke! Knickknack! Ja, mach nur! Zum Trainingsbereich! Bitte, danke! Knickknack! Mhm... Mhm... Weiter... Ne? Äh... Schließen... Schließen... Nein... Hm... Ja... Ok... Waffe ziehen... Yo... Hammer... Aufaxt hat zwei Formen... Axt und Schwert! Die Schwertangriffe können mit Fiolen-Energie verstärkt werden! Hm... Au, ruck... Nein... Du kannst das als Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Schleudermunition, Stein, Hilfe, okay. Fankdinger, äh. Fankdinger, okay. Trank, das lassen wir nicht wieder so, ne? Ne? Ich vergesse das immer, RP oder? Ne. Ja. Ja. Okay. Ich muss da sich nicht nur wummsen machen. Eins, zwei. Okay. Jetzt kommen wir das. Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Hm. hmm 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 Was ist denn? Ich denke, ich morf schon. Okay. Ich stehe es irgendwie nicht so, aber ich muss jetzt schon mal reinkommen. So. Wie komme ich hier raus jetzt? Ich bin mit der Katze, ne? Ne. Ich packe die Waffe weg jetzt. Okay. Okay. Ja. Können wir schon irgendwie hinkriegen, ne? Jo, jo, jo. So. So. Okay. Geh raus. Okay. 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 Oh, schicke Waffe kommt wohl. Okay. 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 So. Okay. Okay. Alle im Gerät. Ja, wo sehe ich denn mein Cache? Ah, da oben. 2000 haben wir. Ich weiß nicht, ich sollte die Waffe kaufen. Fernglas. Klingt interessant. Ja, kaufen wir uns ja im Fernglas, ne? Summarine. Bonus? Egal. Wer schreit denn da schon wieder? Nicht so nervig, die Frau. Westerfer. Okay. Okay. Back then. Beat again. Wow. Aus dem. Angle. Ja, wo sind jetzt die Stinkkäfer? Moment. Na. Bitte. Okay. Das ist okay. Okay. Ist in Sicherheit. Freut mich. Ja. Ja, ich komm schon. Keine Rungel von dir. Richtig penetrant, ne? Hey, 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 hey. Hier, hier, hey, hier. Hier, hey, hey, hier. Andauernd. Hm. Ist... Ich brauch nur Sumo vor dir. Ich bin's, der dicke Hans. Ja, 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 ja. Jetzt? Okay. Genau zur rechten Zeit. Uhu. Ich bin's, der ja, 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 ja. Und jetzt? Ich bin's, der ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, krass. des uralten waldes die neue welt wartet auf uns bekannt machen ok alle quest hm freischalten alle quest annehmen ja man muss ausrönen abgaben quest aufgaben also Lore es haben wir gerade gemacht Okay. Auf geht's. Alles klar. Ja, Mann. Ja. Seid ihr mein Hundes? Oh, ja. Hier. Wirklich? Das ist einfach, oder? Da. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Äh. Ja. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagers zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Nö. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagers begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Ich gehe bitte. Nein, kann das nicht wer anders machen? Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorrats-Truhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Alles. Ah, ja. Da ist er. Hey, Partner. Station. Jere Fiole. Ja, die mag auch mitnehmen. Also, die darf ich nicht mitnehmen. Das ist ja wieder fies. Ja. Genau. Genau, ja. Du sagst das. Jo, Mädel. Geht los. Nichts kann uns aufhalten. Na. Nö. Da gehen wir ein paar Mops kloppen, oder? Und den Großvater. Ja. Genau. Ja. Ja, genau. Sagen wir ja, ne? Aha. Äh, was ist denn da hinten? Da hinten musst du finden. Sei vorsichtig. Nadelbeere? Siehste? Da haben wir wieder Nadelbeeren gefunden. Hinten sind wir gekommen eigentlich, ja? Da haben wir Nadelbeeren, ne? Genau. Da sind die Anderen. Boah. Musst du ja jetzt abholen, oder wie? So. Ja, komm. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ich werde Sammeltüchter und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Ja, 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 ja. Ja, was haben wir da? Mit dem Essen? Rohes Fleisch. Wollen wir nicht kochen noch, ne? Äh, ich hab ne Slack gekocht, ne? Genau. 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 Du kannst Honig sammeln und ihn mit deinem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Ja, ja, ja. Machen wir schon. Mega. Mega. Mega nice throw. Hier drüben! Ja, ja, warte mal. Warte mal. Warte mal. Honig sammeln, oder? Oh, so viele, viele, viele Dinge. Sammeln. Hier drüben! Ja, ja, warte mal. Bin da beschäftigt. Zeug abbauen und so. Weiter sammeln. Hier drüben! Ja, ich bin hier drüben. Ja, ich bin hier drüben. Nadelpäre, Max. An weil die nicht. Hier drüben! Hih. Ey! Yo! Kom schon. Kuss getest boom. Hier drüben! Wollte ein paar Sachen abbauen. Ja. Ein Rudel Jagras. Das sind die Monster nach denen wir suchen. Mal sehen wie du dich schlägst wenn du auf dich allein gestellt bist. Ich allein bin ja nicht. Und die kuschen hier. Haben sie das? Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Nimm dir so viele Monster Materialien wie möglich. Wir nutzen sie in der Schmiede. Ja. Ich will ja. Nachlaufen. Sammeln. Das geht nicht so einfach. Hier drüben. Ja ich komm schon. Hier drüben. Hier drüben. Ich hab den gemeldet. okay was du kannst ja das ist ich bin die 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 Oh, okay Das ist mir akzeptiert, das muss man hier Das ist ein Lester Ja, ja Okay, gehen Sie nach Hause und dann starten Sie jetzt einen Anbericht. Und der ist so friedlich. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich habe sieben, wirst du knick auf. Die Waffe weg. ist ich bin es ist es es ist Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.